Oh, hi, Luis. Setz dich hier vorne. Oh, warte, ich hole dir den Stuhl. Bitte. Also ich stelle mir das so vor. Und diese paar Schritte müssen eigentlich... Weißt du, die Show, die muss... Die muss später, später Kohle entfernen. Es muss nur noch das richtige... Gürtchen. Du, du kannst jetzt mal das sein, Alter. Also ich stelle mir das so vor. Ich bin in meinem Zimmer und mache mich fertig für ein Date. Ich nehme eine Blume, rieche dran, stecke sie in mein Bewerb und dann sehe ich das Publikum. Früher trug ich Sachen, die waren echt zum Lachen. Dann ist es geschehen. Ich sah im Kino Valentino, sang ich. Neu gekleidet werde ich beneide. Ich bin angesehen und kann das gut verstehen. Baby Silk. Baby Silk. Seiden Shark. Doch eines ist ganz fatal. Denn mein Hemd sitzt und mein Schuh blitzt. Doch was mir fehlt, ist das Gehör. Ich halte Ausschau nach der Traumfrau. Doch der Ort und die Zeit sind diesmal richtig. Das macht mich heute so zuversichtlich. Steht sie heute vor mir, ist sie mir gleich so verdrückt. Und sagt sie süß, ich bleibe bei dir, weiß ich gewiss das Seide. Und als Sand nicht zählt, was mir wirklich fehlt, ist das Gehör. Ich fang langsam an. Mach die Manschetten zu, denn jetzt wird's elegant. Turn. Und Ring. Und jetzt ein Cross-Stand. Gedoppelt. Und dann die Aufdrehen. Ganz in Weiß. Ich nehme ihre Hand, oh gemein, küsse sie und führe sie auf die Tanzfläche. Und jetzt ein Wald sagt, da, 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 streiche dazu und dieser Tasche geben für die Kostüme, eine britische Anseh, und dann hebe ich sie hoch, nochmal, und nochmal, und dann gleitet sie in meine Arme. Und jetzt wird's heller, das Tempo wird schneller, und zum Finale, sie und ich, doppeles Tempo, zwei Seile, Achtung, er geht doppelt, dann sie, und dann die Dreifel, auf die Dreifel, Josh da! Gelächter! Bist duanych? Ja! Bist duА! Vielen Dank.